Hallo hier, da sehen wir uns mit der neunten Folge von der Terminator-Servation-Challenge mit dem Sturmgewehr. Hi, und wir fangen auch... Wir legen einfach los, so. Wir fangen... Wir fangen nichts hier. Wir machen einen Plan. Oder uns selbst. Das finden wir doch aus. Ähm... Can't you see? I'm reloading! Hier, keine Ahnung. Come on! Move! Move! Leave me alone! I'm reloading! Okay, dann nehme ich jetzt noch... ...ditt hier. Hm, läuft doch gut. Oh, oh. It's an Elevator. It must lead to an Exit. Look for the controls. Here they come. Take cover! Ich krieg das nicht mehr, oder? Doch gerade so. Aber... ...ist eh kein. Oh nein. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt einfach nur das hier... Ach, das ist kein wirkliches Problem. Ich glaube, das geht doch relativ fix. Das, was danach kommt, das kommt auch nicht mehr so viel. ...oder. Ich denke, das ist jetzt aber gleich so viel... ...wIte ein von den Anerrecken-Asterhäten. Got it! Way to go, Conner! Someone old. Oh. Na gut. Auch das hier wird jetzt eher chillig und schnell ablaufen. And there's another turret! Good work, Conner! You're messing it up! David! This is Connor! Can you hear me? Yeah. Hearing a bunch of fighting, Conner, is that you? Sure is. We should be at your coordinates shortly. Sit tight. Connor! Another turret! Good work, Conner! That looks like you did some damage. Connor! The tank takes too much damage. We won't make it to all the turrets. Then what are you gonna do? We'll have to go in on foot. Find a way inside Central Command. Take the remaining turrets offline another way. On foot, huh? We don't have a lot of options. Okay, nehmen wir mal so. Can you get any more of those turrets? Maybe a few, but this thing's falling apart. Gut, den haben wir auch weg. Destroy that one! Where's the next one? So, das war's auch mit dem. Deine wirklich noch gerade so überliebt gehabt. We'll need three of your best men. We'll go in, get our guys out, and then get those anti-aircraft guns offline. Jones, Washington, Torres, go with Conner. The rest of you, fan out. Take down any remaining machines. We need to ensure Conner and his squad makes it inside. Cause if they don't get these turrets down, all of us are in a world of hurt. Hey Conner, good luck. Okay. Some damage, Conner. They didn't know what hit them. Well, they know now. And they're none too happy about it. But now we're just going to check here. We're just going to check here. We're just going to check here. Oh! So, warte mal. Ich nehme mal mal so. Hä? Machines destroyed! Nein! Hallo, wo ist das für jetzt? So, da kommen wir jetzt eh nicht hin. Wir gehen wieder runter. Ah, an der Piper-Tisch schmeißen sie. Ah! Ah! So, wir müssen hier irgendwo einfach nur... Ach so, hier. Hier müssen wir jetzt einfach nur lang. Das ist schon alles. Hey, hey, hey. Okay. Piper haben wir mehr als genug? Oh! Oh! Ich mache mal gleich. Der will auch nicht mehr. Oh! Ich glaube, wir müssen jetzt nicht unbedingt nochmal zum... Oh! 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 Das Problem ist, die können einen halt auch noch greifen und das wollte ich gerade so ein bisschen verhindern. Okay, läuft aber gut. Könnte ja echt schlimmer sein. Ich glaube, ich gehe jetzt mal hier. So, ein bisschen ungewollt, aber... Ah ja. So, cool. Läuft doch. Ähm, ah, hier sind wir. Okay, dann gehen wir mal direkt mit weg. Ähm. Damage kill, natürlich. Gut, jetzt nehmen wir das hier direkt wieder mit auf. Deswegen zum Schluss ist es einfach nur noch, ähm... Follow me! Waffengeballerei. Mehr ist es eigentlich nicht. Am Ende. Ist zwar irgendwo schade, aber was sonst. Einmal... Check, man. Egal. Alter, der Typ, einfach mal... Mal mal deinen Kopf runter. What? Hallo? Nimm jetzt die Kanaden auf, mein Gott. I'm reloading the weapon. Okay, genau, kann ich genau wegmachen? Wie viel Hammer? Das wäre schön. Das müsste genau ausreichen. Hä, warum sind die... ...manchmal verwirrt? Das schneide ich nicht so ganz. Äh, sind manchmal einfach nur verwirrt, weil sie einmal hier trocken wurden. Ist... Aha, komisch. Okay. Und noch eine Granate. Ich habe keine Nahten, können wir hier haben genug. Aber jetzt so glücklicherweise auch. Oh, da kommen wir schon wieder in den nächsten. Oh! Oh, da macht mir auch keine Sorgen mehr. Okay, können wir auch nochmal... ...ditte. Und für mehr... ...ist es auch nicht. Oh, nochmal da. Einmal nochmal Granaten. Pipes? Haben wir aber voll. Okay. Äh, ihr seht, also, ähm... ...zum Schluss ist zwar viel... ...also, man verschwendet viel, aber man kriegt halt auch super viel wieder zurück. Das ist überhaupt kein Problem. Also, man kann ruhig alles verschmeißen. Aber wenigstens auch da von dabei. Das wäre... ...das wäre sinnvoll. So, ich glaube, wir kommen jetzt in die Finale, ich glaube, ich kann meinen Timer gleich ausschalten. Ähm, kurzer Cut. Barnes, du und Weston flanken von der Rechten. Ich und Blair kommen von der Lechten. Sticken zur Koffer und gehen schnell. Bereit? Ja, Sir! Hell yeah, let's do it. Watch out for that Undo! Barnes, watch out for David! Ein bisschen ist noch. Was? Ich krieg schon wieder hier unten mit Kackbewaffnung. Was soll denn das? Entschuldigung, bitte nervt. Oh. Ähm. I'm not exactly sure, but I think the control room is this way. What do you mean, you're not sure? It's just... After a while, all this stuff starts to look the same. Okay, ich würde sagen... ...das ist ja nicht auf jeden Fall noch mit. Danach ist es auf jeden Fall nicht immer weit bis zum Finale. Also, zum Endgültigen. So, wo der letzte Kampf stattfindet. Ähm. Ja. Das mache ich in der nächsten Folge. Dann sind es vielleicht... ...bisschen weniger als 10 Minuten oder so. Was auch kein Problem, ihr wisst. Gut. Diesmal ist das erstmal auf jeden Fall. Warte mal, dass ich da wahrscheinlich nicht hoffe. Es hat euch ein bisschen gefallen von dieser Sturmgewehr-Challenge. Jedenfalls von der zweiten Folge. Alltag, Silber. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.